Ach du Scheiße Exit, exit, exit I've lost that lemming feeling 25% Brauche ich nur Okay Okay, wir haben da oben links einen Ausgang Wir haben da unten links einen Ausgang Und wir haben hier keinen Ausgang Oder sind dahinter auch Ausgänge Nee, ich glaube man kann nicht Kekse geht nicht Ich hab eigentlich gerade erst geguckt Das müsste eigentlich funktionieren, der Befehl Was ist denn los, du Allerbot Nee, ist nicht connected Ich hab's eigentlich aber direkt vorm Stream nochmal gecheckt Jetzt So Ja, ich weiß leider nicht Ob hier wirklich irgendwelche Exits da sind Oder ob das hier nur so drauf geschmiert ist Ich würde sagen, wir gehen nach links einfach nur durch Links unten Und ich glaube Das war das Level, was wir damals dann nicht mehr geschafft haben Hier war vorbei so langsam Ja, stimmt schon Aber ich glaube so krass ist einfach niemand Nee, geht ja ums letzte Level Jetzt werden wir auch gleich sehen Ob sich dahinter würde ich noch irgendein anderer Ausgang verbirgt Denn besser einfach Kalpo wird direkt so rowdy haft Jetzt wo sie ja in 510 v8 ist Ja, ich will den schon zu 100% schaffen Aber ich werde nicht so viel Zeit da jetzt rein investieren Bis das mal klappt Wir nehmen hier die erstbeste Lösung Die irgendwie funktioniert Damit auch ich das hinkriege Ich glaube ich will, damit ich hier die richtige Höhe habe Und nicht dann zu hoch bin Mit den Brücken Lieber hier runter buddeln Und dann hier rüber Dann machen wir hier so eine ganz kleine Brücke Und dann graben wir hier weiter durch Ach komm Das ist nicht so einfach wie es aussieht Das ist wirklich nicht so einfach dir anzuklicken Und wie genau ist er denn hier durchgefallen Das ist genau ein Pixelplatz Hier sind die Pixel auch so groß Dass man wirklich genau weiß Wie viele Pixel da Platz ist Sorry Jungs Also sind schon alle draußen So, das müsste reichen Dann springen wir mal den hier Genau, die letzte Seite immer zuerst Nicht, dass man noch überrascht wird Genau Ja, super Film Da muss aber erst mal ein bisschen reinkommen Okay, den auch springen Oh Gott, reicht das? Wie viel mussten wir denn retten? Sind ja so weniger Das kann sein, dass da die zwei Die wir da verloren haben Zu viele waren, ne? Braucht man hier 90%? Achso, 25% braucht man sogar nur Okay Ach, an das Ding kann ich mich aber auch noch erinnern Das kann man in die Richtung Ja, ob hier nochmal jetzt so ein Stampfer kommt oder so Weiß ich nicht Aber erst mal probieren wir es auch Das heißt, im Grunde muss ich Dafür sorgen, dass einer sich durchgräbt Und hier hinten einer stoppt Achso, die stoppen hier auch ein Ding zurück Ich hätte gedacht, dass hier denn so hochlaufen und darüber Ja, kommt der jetzt noch in der Gefahr? Ja, das Ding stampft Aber eventuell hat das jetzt schon gereicht Tadaa Ja, es sah so stampfig aus Aber man kann es halt bei Man kann irgendwie hier nicht genau sicher sein Wo genau irgendwelche Fallen sind Okay, hier kann ich mich auch noch dran erinnern Lemmings, Lemmings everywhere 50% brauchen wir Achso stimmt, die kommen jetzt so schnell raus Für dieses Rate 99 100 Stück Okay, und die müssen Hier muss ich im Grunde nur so durch Mich durchgraben Und am besten ein bisschen weiter Ein bisschen höher Ach Gott, die laufen ja so quer durch Bei diesen Gitterdingern Ach komm Ach komm Ja Ach Gott Der gute Genozid-Soundtrack Okay, also hier nicht durch Wir müssen mehr durch die Mitte Ich habe keine Ahnung Wahrscheinlich viele Wahrscheinlich viele Ach nein Ach nein, da ist noch einer gegraben Und da sind ein paar gestürzt Okay, aber irgendwie Das geht anscheinend Okay Wie sind die denn da jetzt Da drin gelandet? Wir werden es rausfinden Kaipo Ja, ich glaube hier ist irgendwo noch Ein Pixel, was so übersteht Oder so Und da konnten sie Dann erstmal da drauf fallen Genau, es ist so eine andere Realität Ja, es ist halt so ein bisschen Ein Puzzlespiel Nightmare on Lem Street Na denn Zwei Lemminge Und wir müssen beide retten Okay Eigentlich brauchen wir nur Zwei Brücken halt, ne Ich kriege gleich beide einen Fallschirm Ja, wie ich es denn kriege Beiden einen Fallschirm zu geben Im Grunde also gar keinen Ja, Blocker geht nicht Äh, die haben hier ganz viel Klassische Musik Verballert Ach was Und hier ist ja nichts drüber Okay, jetzt auf einmal schon Ich hab gedrückt Achso, der hat schon einen Okay Let's be careful out there 50 Lemminge 25 müssen wir retten Wir kommen sehr langsam Wieso kann ich davon Achso, wir haben nur 20 Wir können jetzt nicht 25 Einen Fallschirm geben Das heißt, wir müssen wahrscheinlich Außenrum, ne Ja Okay Okay, einer ist schon mal tot Er braucht auch nur 25 Wir haben ja noch ein paar übrig Also so alt ist Tobi Nur auch wieder nicht Ja, gute Frage, ne Achso, nein Da kommt der noch Abrund Da kommt der nächste Schafft es aber, ne Ach komm Der übernächst Schafft es aber, ne Oh, der unter mir kocht schon wieder Irgendwas geiles Was ist denn jetzt los In letzter Zeit Oh, no Ja, genau Ja, genau Ja, es kann ja auch sein, dass er einfach schon immer geil kocht Und jetzt ist es nur so warm Dass es die ganze Zeit bei mir eigentlich unterbrochen Das Fenster offen ist Und die auch schon mal der minge und müssen 60 davon retten rating fangen ach das fand ich immer so cool auch wenn ich so schwer fand aber das haben wir auf jeden fall auch noch gespielt aber ich bin gespannt wann ich merke was wir nicht mehr geschafft haben auch kommen ich habe nach unten gegraben wie sind das hatte passiert hatte einfach nicht nur den boden durch gegraben sondern auch noch die metall äh dings äh zusätzlich noch haha genau so und ihr beiden baut jetzt mal hier eine brücke und gott wie soll man denn da eine brücke hoch bauen so am besten wahnsinns grafik goa klassische musik ja eigentlich alles dabei ich treffe sie nicht egal wir haben noch 26 kleine brückenbauer witzig wie sie da immer noch runter purzeln dann nach rechts und nach links und nach rechts und nach links oh Gott wie viel sind denn das hier weg aufbrücken naja aber um irgendwo rüber zu kommen braucht man äh baut man ja eigentlich keine treppe hier schon ja hier schon ja nicht wegen walking dead wie kannst du denn nicht wegen walking dead weinen wegen was kann man denn dann weinen und das ist der einzige legitime grund auch kommen ich finde schon ich finde schon das wird doch nix mehr beeil dich ach egal ich stehe auf die treppe so und dann nach links und dann nach rechts oh Gott das wird doch alles nix mehr beeil dich du blöder lemming oh man ja wo ist das ich will eigentlich das andere schon machen aber ich schaff es dann nicht die brücke hier fertig zu stellen ich kenne mich so 52 sekunden mal gucken ob das noch reicht es wird nichts mehr rein das wird nicht mehr reichen oder ach cool ja das dachte ich mir schon das wäre aber witzig das ist jetzt eine nahaufnahme von meinem großen c auf a3 8 7 6 5 4 3 2 1 ok reicht's nix mehr denn ist ich da ist es ist ein das ist es Pfannen. Jetzt direkt hier irgendwie rüberbauen? Wie soll man denn das bitte machen? Oh, Gott. Boah! Da geht er ganz schön in die Knie, der gute Emulator. Klar? Jörg von Kalko Kalko Instagram Bis zum nächsten Mal. Ich poste ja in letzter Zeit immer Bilder bei Twitter mit diesem, was ich erzählt habe, dieser KI-Bearbeitungs- Software. Nein, wie doch nicht nach unten! Was mache ich denn? Was heißt Bildbearbeitungs- Software? Ich drücke auf... Im Grunde ist es nicht komplexer als einen Filter einzustellen. Aber ich finde, dass es bei Videospielen nochmal besonders lustig ist. Ich glaube, ich werde jetzt mal für meine Stream-Ankündigung nehmen. Daumen zum Bild. Ach, nun komm, in die andere Richtung! Ich habe kein Glück! 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 Ich habe kein Ultrab бал an! Ich habe kein Lied? Ich habe kein Lied? Ich habe kein Lied? Ich habe ich mit dem ich ihn aus. Ich hab meinen Laus-Kern! Ich habe keinen Lied? Ach Gott, wie kriege ich denn das jetzt hin? Es ist Quatsch. Ich muss irgendwie wieder am Anfang sehen, dass ich die irgendwo einsperre. Und dann hier in Ruhe bauen kann. Jetzt wird mit noch viermal nix. Achso, hier kann ich ja quer durch. Ist besser. Wieso will ich denn da nach oben? Bis zum nächsten Mal. Oh Gott, reicht das mit noch zweien? Nein, nicht in die Richtung. Reicht das mit noch einem? Naja, es wird nichts mehr. Knapp, aber es wird nichts mehr. Ja, genau. Jetzt sowieso die Hälfte war noch hier eingesperrt. Das war... Wieso eigentlich hier nach oben? Ich kam doch hier auch gerade durch, ist doch besser. Ich weiß manchmal auch nicht, warum ich dann denke, nee, da muss ich drüber. Warum auch immer man da reinfällt. So, und dann von hier eine Brücke bauen, oder von wo? Ach Gott. Kann man die nicht ein bisschen steiler machen? Nein, wir haben noch 27, sollte ja wohl irgendwie funktionieren. Okay, reicht. So, jetzt hier durch. Das sieht doch jetzt ganz gut aus. Ja, ich überlege gerade, aber ich glaube, wir haben noch so viel Zeit. Ich mache das lieber hier noch in Ruhe mit den dreien. Weil sonst wird es wieder so, dass ich versuche, irgendwas anzuklicken und wenn es dann hier voll wird. Aber cleverer wäre es, aber ich habe ein bisschen Angst. Ach, komm, nur in die andere Richtung. Ja, wir können ja schon. Na gut. Na gut. Nur hier zumachen. Ach, komm. Genau. Wenn das jetzt nicht klappt, dann bist du schuld. An allem. Ja, sieht aber gut aus. Da kommen sie an. Pünktlich. Boing. Boing. Boing.